Hallo und herzlich willkommen, Jascha hier und herzlich willkommen zurück auf meinem YouTube-Kanal und heute soll es mal um ein ganz wichtiges Thema gehen, nämlich um das Thema Verkaufen und zwar authentisch verkaufen. Das heißt, wie kann man das machen, dass man authentisch bleibt, dass man sich nicht irgendwie verstellen muss oder so, dass man auch nicht tausend irgendwie mit den Händen am rumfuchteln ist oder was auch immer. Vielleicht denkst du jetzt an so ein Bild von Wolf of Wall Street oder hast irgendein Bild von einem Verkäufer im Kopf, der nicht so angenehm ist, wo du das Gefühl hast, so wie der möchte ich nicht werden. Und ich kann dir jetzt mal sagen, das musst du auch überhaupt nicht. Denn ganz im Gegenteil, wenn man so wird wie so ein Wolf of Wall Street Verkäufer und wenn jemand beispielsweise dem gegenüber sitzt und dem wird etwas verkauft und die Person hat das Gefühl, der ist gerade nur da, um mir etwas zu verkaufen, dann finden das viele Leute tatsächlich nicht so gut. Und vielleicht hast du das selber auch schon mal erlebt, dass du, keine Ahnung, irgendwie in irgendeinem Land unterwegs warst, außerhalb von Deutschland, wo die sehr aggressiv verkaufen, wo die dich auf der Straße ansprechen und du das Gefühl hast, das fand ich jetzt nicht so angenehm. Oder du warst vielleicht auch schon mal in irgendeinem Beratungsgespräch und hast das Gefühl, da wurde jetzt mega viel Druck ausgeübt oder so. Und ich kann dir sagen, diese Dinge, die braucht man alle nicht, um erfolgreich verkaufen zu können. Ganz im Gegenteil. Das, was dein Gegenüber viel, viel mehr wertschätzt, ist, wenn du authentisch bist. Wenn du, wenn ich jetzt beispielsweise, ich sitze jetzt hier, nehme dieses Video jetzt auf und habe so ein, keine Ahnung, so ein Seidenhemd an, ich sitze jetzt nicht hier im Anzug. Und ich musste jetzt auch nicht irgendwie, ja, einen auf Sales-Typen machen oder so, einfach nur, um dir zu zeigen, dass man sich gut anziehen muss, um verkaufen zu können. Das ist absoluter Bullshit. Ich habe schon Verkaufsgespräche geführt, wo ich irgendwie ein Hoodie anhatte oder ein T-Shirt, wo ich vom Sport gekommen bin. Das spielt überhaupt keine Rolle. Das, worauf es ankommt, ist, dass dein Gegenüber dich aber als Experten wahrnimmt. Dass er das Gefühl hat, dass er mit dir die Ergebnisse erzielen kann. Dass du das, was du ihm verkaufst, dass das auch Sinn ergibt, dass das logisch ist. Und logisch verkaufen und das dein Gegenüber dich als Experte wahrnimmt, kann absolut authentisch sein, wenn man aber trotzdem von sich überzeugt ist. Das heißt, das ist zwingend notwendig, dass man überzeugt ist, dass man hinter seiner Dienstleistung steht, dass man auch wirklich mal sehr, sehr confident sagen kann, hey, das und das werden wir machen, das und das brauche ich von dir, das ist mein Preis. Das ist authentisch, dass du sagst, hey, die Person bin ich, das und das brauche ich von meinen Kunden und das ist mein Angebot. Und dann kann entweder jemand sagen, das möchte er mit dir machen oder auch nicht. Und bei uns bewerben sich zum Beispiel sehr, sehr viele Leute und das heißt noch lange nicht, dass wir mit denen zusammenarbeiten. Denn wir sagen unseren Kunden ganz klar, hey, wir sind mittlerweile das größte Beratungsunternehmen in Deutschland für Fotografen und Videografen. Das sage ich zum Beispiel auch nicht, um dich jetzt irgendwie zu beeindrucken oder so. Nein, nur um dir mal klar zu machen, dass wir es zum Beispiel auch gar nicht nötig haben, mit jedem zusammenzuarbeiten. Und das ist absolut authentisch, dass ich dir das jetzt einfach gerade erzähle, weil das ist die Wahrheit. Das heißt, wenn wir zum Beispiel mal, wenn jemand in einem Verkaufsgespräch bei uns sagt, hey, ich möchte es nicht mit euch machen, dann ist es für uns vollkommen okay. Denn wir müssen nicht mit jedem zusammenarbeiten. Und das ist eine Einstellung, dass man aus einem Abundance raus, aus einem Überfluss raus reagiert und handelt. Nochmal, also wenn du aus einem Überfluss agierst, dass du quasi sagst, hey, ich muss gar nicht mit dir zusammenarbeiten. Das ist vollkommen okay, wenn das nicht passt, wenn das von meiner Seite aus nicht passt, wenn das von deiner Seite aus nicht passt, dann ist es okay für mich. Dann ist das ja mega authentisch, wenn das die Wahrheit ist. Dann ist das ja absolut mega authentisch. Und das wird dein Gegenüber zum Beispiel merken. Das heißt, wenn man nicht jemanden versucht, dann unbedingt doch noch irgendwie in das Training reinzuholen oder die Dienstleistung zu kaufen und das irgendwie mit Druck macht oder so und das mega emotional ist, das macht überhaupt keinen Sinn. Das heißt, verkaufen muss logisch sein, dass dein Gegenüber das Gefühl hat, hey, das macht absolut Sinn. Hier bezahle ich jetzt, keine Ahnung, 3000 Euro und das, was ich mit der Person umsetze, wird mir höchstwahrscheinlich 10.000 Euro bringen. Jetzt mal ein ganz einfaches Beispiel. Dann denkt man sich logisch, das macht Sinn, das sollte ich machen. Und das ist authentisch, dass du ganz logisch deinem Gegenüber aufzeigst, was deine Dienstleistung bringen kann. Und nicht, dass du deinem Gegenüber emotional irgendwie immer sagst, hey, ja, aber du musst das jetzt machen und das und das. Nee, er muss gar nichts. Und das ist absolut mega wichtig, dass du für dich selber eigene Regeln auch hast, mit welchen Kunden du zusammenarbeitest und mit welchen Kunden auch nicht. Wir haben zum Beispiel ein paar Kriterien bei unseren Kunden, die jemand erfüllen muss, wenn der mit uns zusammenarbeiten möchte und wir auch sagen, hey, das passt oder das passt auch nicht. Denn wie gesagt, wir lehnen viele Kunden ab, weil das nicht passt. Und wir sagen denen das auch ganz offen, ganz offen, ganz ehrlich, ganz transparent, dass es einfach nicht passt, dass wir diese Zusammenarbeit nicht sehen. Und genau das würde ich dir auch empfehlen. Das heißt, du musst dich überhaupt nicht verstellen. Du musst überhaupt nicht irgendwelche Verkaufssprüche oder irgendwie sowas lernen. Du musst auch nicht im Anzug da irgendwie sitzen. Das ist kompletter Schwachsinn. Und vor allem Dingen musst du aber verstehen, dass du logisch agieren musst. Dass das, was du sagst, dass das Sinn ergibt, dass du als Experte wahrgenommen wirst, dass die Leute dir vertrauen, dass du confident bist. Denn das sollte auch dazugehören. Das ist nämlich auch authentisch. Denn stell dir jetzt mal vor, du hättest beispielsweise das Gegenmittel gegen Krebs. Dann wärst du ja wohl mega confident, wenn du wüsstest, du hast es schon bei hunderten Patienten getestet, dass das funktioniert, dann wärst du ja mega confident, das zu verkaufen, oder? Weil du weißt, hey, ich habe das Gegenmittel, wenn du das nicht haben möchtest, dann lass es, dann kann ich dir nicht helfen. So, und wenn du diese Attitude zum Beispiel mal dir erarbeitest, dann ist das unglaublich stark und unglaublich authentisch. Weil dein Gegenüber wird das merken. Denn am Ende des Tages möchte der Kunde etwas von dir. Du möchtest von dem Kunden eigentlich gar nichts. Jetzt denkst du dir, aber ich will ja Geld verdienen, sonst kann ich ja nicht davon leben. Und das ist genau die Schwierigkeit. Denn wenn du quasi auf den Kunden angewiesen bist, dann denkst du dir, ja, scheiße, ich bin auf den Kunden angewiesen, ich muss dem das jetzt verkaufen, vielleicht gehe ich da noch mit dem Rabatt runter. Und ja, aber ich muss das jetzt irgendwie machen, ich habe eh noch nicht so viele Kunden. Und dann kommst du in eine Energie rein, wo du nicht mehr in einer Abundance bist. Wo du nicht mehr sagst, hey, ich brauche dich quasi nicht. Jetzt mal sehr hart gesprochen. Sondern du sagst, hey, ich brauche den unbedingt, weil A, B, C, ich meine Miete bezahlen muss, Essen, was auch immer. Und das kann ich dir versprechen, wird dein Kunde auch merken. Das heißt, wenn du nicht mehr diesem Abundance, in diesem Überflusshandeln, diesem authentischen Handeln bist, sondern dass du in einem Handeln bist, wo du ein Druckgefühl empfindest. Wo du sagst, hey, ich muss den jetzt abschließen, weil sonst A, B, C, D passiert. Und das kann ich dir einfach nur empfehlen, dass du das trainierst. Dass du sagst, hey, du trainierst verkaufen. Du gehst logisch vor. Du weißt, wie man confident wirkt. Du weißt, wie man jemanden wirklich überzeugt. Du weißt, wie du deine Angebote richtig präsentierst. Und das ist etwas, was ich dir nicht in einem 5 Minuten YouTube Video vermitteln kann. Das ist etwas, was man erarbeiten muss, was man individuell auf dich und deine Zielgruppe anpassen muss. Was man trainieren muss, wo man Fehler macht, wo man besser wird. Und genau solche Dinge machen wir mit unseren Kunden zum Beispiel. Dass wir denen das beibringen, dass die absolut authentisch bleiben. Dass sie sich überhaupt nicht verstellen müssen. Und unsere Kunden erzielen absolut großartige Ergebnisse damit und bleiben absolut so, wie sie sind. Haben absolute Leichtigkeit mittlerweile dabei, die gleichen Dienstleistungen für einen 2-, 3-, 4-fachen Preis zu verkaufen, um konstant 5-stellige Monatsumsätze zu erzielen. Und das alles authentisch. Wenn du wissen möchtest, wie das funktioniert, wie du auch authentisch verkaufen kannst, dass du sagst, hey, du musst dich nicht verstellen, aber du überzeugst, du kannst logisch verkaufen, dann geht es mal auf jaschaostos.com, trag dich dort zu einem kostenlosen Strategiegespräch ein und dort werden wir dir in einem 60-minütigen Gespräch ganz genau mal zeigen, wie das funktioniert, was du brauchst, um authentisch zu verkaufen, wie das konkret bei dir und deiner Zielgruppe aussehen kann und wie wir dir auch dabei helfen würden, das zu trainieren. Und wenn du sagst, hey, das hört sich logisch an, das macht Sinn und das Gespräch war authentisch, dann können wir gerne zusammenarbeiten, wenn wir auch das Gefühl haben, dass wir dir wirklich helfen können. Und dann können wir gerne zusammen an deinen Zielen arbeiten. Wenn du sagst, das hat dir nicht gefallen, dann ist das auch vollkommen okay. Ansonsten wünsche ich dir einen ganz schönen Tag. Bis dahin, dein Jascha. Ciao.